wir haben jetzt folgendes problem wir fahren jetzt zu einem kunden die kriegen den wagen nicht an wie das passiert ist der kunde hat getankt wagen ist einfach nicht mal angegangen wurde daraufhin zu einer großen kette abgeschleppt die kette hat den wagen ach ja die sind nicht weitergekommen neben den anlasser gewechselt der wagen tut sich nichts ist ein mercedes automatik w 210 jetzt hat der kunde uns gerufen wir gehen jetzt dahin zu der großen kette und suchen den fehler mal schauen ob das klappt was das auto jetzt genau macht folgendes zündung an und dann macht er ganz kurz dieses geräusch ja hier können wir jetzt leider nicht viel machen wir müssen den wagen einmal abschleppen zu uns und dann messen wir tun wir schauen wir was sache ist wagen wurde aufgeschleppt wir sind jetzt hier und ja wir werden jetzt einmal messen ich würde erstmal schauen weil die kette die hat auf jeden fall den anlasser neu gemacht und der fehler war genauso wie vorher und ich weiß bei den autos gibt es ein zwei probleme kommen aber später da schauen wir uns den auf jeden fall an was das ist ich habe den anlass auf jeden fall gestern schon gemessen einmal gemessen ich habe geguckt da kommt nicht genug strom und wenn ist das sofort wieder eingebrochen also stimmt irgendwas nicht mit dem relais da kommen aber später dazu und ja wir haben den abgeschleppt jetzt hier hin und dann schauen wir mal ob wir den fehler ganz schnell beheben das ist der sogenannte k 40 strich 4 steuereinheit und hier ist der anlasser relais und wenn wir den jetzt hier einmal überbrücken in dem fall macht er ja bei uns das problem hier einmal das hier nur mehr macht er nicht aber wenn wir den halten dreht der wagen also haben wir durch gemessen und haben folgendes festgestellt sobald wir den anmachen alles super läuft auch super aber sobald wir den anmachen und der einen beschlossenen stromkreis haben sollte macht er nur das folgende problem einmal das und dann haben wir kein strom mehr sprich keine masse mehr und dann haben wir folgendes ich habe alle masse punkte die im auto sind alle überprüft und habe eigentlich folgendes festgestellt unter dem luftfilterkasten das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut unter dem luftfilterkasten haben wir das hier festgestellt der massekabel ist komplett ab wir sind noch online ja also wir haben uns jetzt gewechselt k 40 strich 4 dann haben wir gemacht einmal jeden moment licht 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 2000 jahre später es ist ja dann haben wir hier massekabel unter dem luftfilter den haben wir geschweißt die machen wir noch mal schön das haben wir gemacht und jetzt achtet was passiert achtet er hast du es eigentlich aufgenommen gehabt ja wir haben es hingekriegt also es lag daran dass der also massekabel war kaputt und dann ist die diode hier kaputt gegangen und diese diode regelt das ganze und darum hat er am anfang aber das ja so wir haben ja gemessen getan und das problem war wir hatten keine masse gehabt dann habe ich die ganzen masse punkte kontrolliert und den massepunkt hier habe ich gesehen der war kaputt dann habe ich den geschweißt ja und dann haben wir das versucht zu löten ging nicht ja und dann haben wir den hier neu bestellt eingebaut jetzt funktioniert es hammergeil also wenn ihr auch mal so einen fehler habt kontrolliert erst das hier ob masse ankommt boah was für ein geiler auspuff ist da drüber das ist wieder was anderes